Das Spiel treibt mich gerade ein bisschen in den Wahnsinn, aber das kennt man ja von Dark Souls. Krass, okay, dann muss ich mal gucken, ob ich die Glocke vielleicht auf dem Mittel habe. Irgendwie kriege ich auch vom Filmriss, habe ich das Video auch nicht mitbekommen. Ja, das schaffe ich doch wieder nicht. Aber wenigstens habe ich einen Eimer gepiekt. Guck mal, was der mit mir macht. Der hat mich mitgezogen, einfach gerade. Ich wollte eigentlich in die andere Richtung gehen. Ey, warum rüste ich eigentlich kein Feuer aus? Ich bin zu deppert, ey. Mach was. Gib mir was. Ach, komm. Gib mir was. Und vielleicht sollte ich auch mal treffen. Nein, 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 nein. Ich merke es schon. Das wird nichts. Das wird wohl was. Boom. Boom, schakalakalaka, boom, schakalakalaka, boom, schakalaka. Oh, jetzt freue ich mich. Entschuldigung, ich übertreibe es mal ein bisschen. Oh, aber ich freue mich wirklich. Ey, Kraftkalk, du hast mir auf jeden Fall Glück gebracht. Oh, wo muss ich denn hin? Die kommen jetzt eh alle angelaufen. Oh, ich will hier raus. Oh, mir geht die Pumpe. Oh, mir geht die Pumpe. Schakalaka. Boah, ich muss gleich prosten, du. Wo geht es hier lang? Noch eine Truhe. Danke euch für die GGs. Ja, das war der Spirit. Verstehst du, der Spirit? Jetzt so viele Leute, die mich hier unterstützen. Krass. Krass. Das ist einer von den vier, ne? Oh, wie schön.